Heute steht ein 12-minütiges Bauch-Beine-Co-Workout. Das Ganze wird knackig werden, aber wie gesagt, es geht nur 12 Minuten. Es geht jetzt los. 30 Sekunden Skipping. Beine hoch, Knie hochziehen, Elbungen eng am Körper und schräg nach oben boxen. Jeder macht sein Tempo, aber keiner hört auf. Bauch nach Richtung Böbelsäule. 30 Sekunden. Schön weitermachen und 30 Sekunden Hüft senken. Fütterbreiterstand und Spitzensein nach außen. Beginnen mit dem Po nach unten, mit dem Elbogen. Schieben die Knie nach außen. Fingerspitzen unter den Fußspitzen und Beine strecken. Und wieder zurück. Das geht jetzt nicht nach Schnelligkeit. Schön dabei atmen. Und es geht weiter mit Tampelman. 30 Sekunden. Den konkreten Bewegungsradius. Die Finger berühren sich oben. Und wir berühren unsere Oberschenkel. Schön weitermachen. Nicht drüber nachdenken. Einfach nur machen. Bauch nach Richtung Böbelsäule. Und wieder Hüft senken. Und wir gehen runter. Mit dem Elbogen. Die Knie nach außen schieben. Fingerspitzen unter den Fußspitzen und strecken. Und wieder zurück. Und wieder. Das Ganze wiederholen. Jeder macht seinen Tempo. Fahre, dann hört auf. Und wir haben unsere erste Pause von 60 Sekunden. Atmet durch. Gleich geht's weiter mit zwei neuen Übungen. Das Ganze geht zwei Minuten. Immer zehn Wiederholungen. Trinkt ein Schluck Wasser. Entspannt euch. Denn es wird gleich hart. Ich zeige euch schon mal die Übung. Ihr habt noch 30 Sekunden Pause. Genießt diese. Wir gehen in die Sportposition. Und von hier aus. Ein Ausfallschritt nach hinten. Wieder zurück in die Sport. Und mit der anderen Seite zurück. Zehn Mal. Einsteiger machen das Ganze mit aufgerichten. In die Sport. Aufrichten. Ausfallschritt. Aus. Aufrichten. Squat. Und die andere Seite. Zweite Übung sind die kleinen Crunches. Winkeligen. Beide sind angewinkelt. Elbogen nach vorne. Und wir arbeiten in dieser Position. Kleine Crunches. Und es geht los. Zwei Minuten. Immer zehn Wiederholungen. In die Sport. Eins. Zwei. Drei. Vier. Jeder macht. Sein Tempo. Und achtet auf seine Ausübung. Und Crunches. Denkt an die Bauchspannung. Der unsere Rücken ist im Boden. Und zehn Wiederholungen. Schön weitermachen. Und wieder. Kombination Squat mit Außenstisch. Einsteiger wie gesagt in die Squat. Ausfallschritt. Aufrichten. Aufrichten. Squat. Und zurück. Einen Mund auf. Wir machen alle weiter. Jeder sein Tempo. Und sein Level. Aufgeben ist keine Option. Aufgeben. Macht uns auch nicht besser. Zehn Wiederholungen. Und dann wieder. Die kleinen Crunches. Hinlegen. Beine aufrichten. 90 Grad. Bauch nach in Richtung Wirbelsäule. Und zehn kleine Crunches. Schön atmen. Einfach machen. Die Entscheidung. Keine Chance. Squat. Mit Außenstütteln. Wir gehen voll los. Und Pause. 60 Sekunden. Atme durch. Das war schon hart. Wir haben aber noch zwei Blocks vor uns. Der nächste Block geht drei Minuten. Wir haben drei verschiedene Übungen, die wir auch wieder jeweils zehn Wiederholungen ausführen. Atmet kurz durch. Trinkt ein bisschen Wasser. Kontrolliert eure Atmung. Bringt den Puls runter. Und gleich geben wir wieder Vollgas. Ich zeige euch schon mal die Übungen. Und zwar immer zehn Wiederholungen. Hände hinter dem Kopf. Frott. Und diagonal. Fuß gehören. Zweite Übung. Kickback und Vierfüßler. Immer fünf pro Seite in den Vierfüßler. Und das Bein zurück. Schienen strecken. Schön außen vorarbeiten. Immer fünf pro Seite. Und die nächste Übung. Pendel Squat. Ein Bein ist gestreckt. Das andere andere Wege. Und los geht's. Squat mit Kick. Hände hinter dem Kopf. Drei Minuten. Je zehn Wiederholungen. Und diagonal. Jeder macht sein Tempo. Wer schneller kann, macht es schneller. Wer etwas langsamer arbeitet. Achtet auf seine Ausführungen. Und macht weiter. Bauch gerade Richtung Wirbelsäule. Und Kickback. In den Vierfüßler. Und fünf pro Seite in den Wechsel. Schön außen vorarbeiten. Und nicht vergessen. Und weiter geht's mit Pendel Squat. Einen großen Schritt zur Seite machen. Fußspitzen gucken nach vorne. Und wir gehen mit dem Kuh nach hinten. Ein Bein gut. Das andere ist gestreckt. Und in die andere Seite. Andere Richtung. Schön atmen. Der Körper ist, der Oberkörper ist schön aufgerichtet. Klick nach vorne. Und mit dem Po schön nach hinten. Zehn Wiederholungen. Und dann geht's wieder weiter. Mit Squat Kick. Hände hinterm Kopf. Squatten. Und diagonal. Squat. Diagonal. Komm. Wir machen alle weiter. Jeder sein Tempo. Keiner hört auf. Wir ziehen es gemeinsam. Bis zum Ende durch. Schön atmen. Super. Kickback in den Vierfüßler. Immer im Wechsel. Schön aus dem Vierfüßler. Schön aus dem Vierfüßler. Schön aus dem Vierfüßler. Schön aus dem Vierfüßler. Und wieder Pendel Squat. Und wieder. Und wieder. Schön aus dem Vierfüßler. Schön aus dem Bein arbeiten. Das eine Bein ist gestreckt. Das andere ist gebeugt. Einfach nur machen. Nicht drüber nachdenken. Nicht drüber nachdenken. Und es geht von vorne los. Squat Kick. Wir kämpfen hinterm Kopf. Und Diagonal. Schön weitermachen. Und Pause. 60 Sekunden. Verdiente Pause. Und dann haben wir nur noch 2 Minuten vor uns. Rückenschnuppert. Bringt den Puls runter. Atmet. Kontrolliert. Wir haben gleich nur noch 2 Minuten vor uns. 2. 2 neue Übungen. Auch hier wieder. Jede Übung. 10 Wiederholungen. Noch 30 Sekunden Pause. Vorsicht. Zeig euch immer die Übungen. Auf den Rücken legen. Das eine Bein. Auf das andere. Und Diagonal. Zum Knie arbeiten. 10 Wiederholungen. Die andere eine Seite. 10 Wiederholungen. Die andere Seite. Und dann. Gehen wir mit den Füßen. Richtung Decke. Und Diagonal. Rechte Hand. Zum linken Fuß. Und andersrum. Und schön hochkommen mit dem Überkörper. 2 Minuten. Vollgas. Immer 10 Wiederholungen. Jeder hat seinen Tempo. Keiner hört auf. Das sind die letzten 2 Minuten. Jetzt machen wir schön was für den Bauch. Die andere Seite nicht vergessen. Kommt Mädels. Kommt Jungs. Letzte Minute. Das ziehen wir gemeinsam durch. Beine hoch. Und Diagonal. Schön hochkommen mit dem Oberkörper. Super. Und wieder Side Crunches. Jeder macht seinen Tempo. Wenn du nicht mehr kannst, lässt du 5 Sekunden liegen. Liegen. Leg dich hin. Aber du machst dann wieder weiter. Mit neuer Spannung im Körper. Und die andere Seite nicht vergessen. Füße gucken wieder Richtung Decke. Und Diagonal. Linke Hand zum rechten Fuß. Und zur rechten Fußspitze. Und anderswo. Schön hochkommen mit dem Oberkörper. Und wieder Diagonal arbeiten. Zwischendurch. Zwischendurch gibt es keine Pause. Wir ziehen es bis zum Ende. Gemeinsam durch. Und die andere Seite. Nur noch ein paar Sekunden. Schön durchzügen. Kommt die letzten Sekunden. Und wir haben es geschafft. Wir haben zwölf Minuten durchgezogen. Zwölf Minuten. Power übergeben. Trink ein Stück Wasser. Ihr wart mega drauf. Schön, dass ihr mitgemacht habt.